Perfekt, so schön. Ein neuer Tag bricht an und für dich eine seltsame und wunderbare Welt. Luft füllt deine Lungen, als du deine Gliedmaßen ausschreckst und deine neue Heimat betrittst das Festland. Das Evolutionswettretten hat begonnen. Zack, wir sind eine Kreatur, jetzt müssen wir andere Spezies umbringen, weil an Freunden wollen wir uns natürlich nicht mitdehnen. Ja, blablabla, ist alles uninteressant, was hier gelabert wird. Ja, Ziele brauche ich nicht. Ähm, genau, es gibt hier immer so Fossilien auf dem Boden, die kann man dann ausgraben und neue Teile freischalten. Was ist das denn? Du hast ein neues Teil entdeckt. Stell dir vor, was wie cooles Zeug du noch auf größeren Skeletten oder Kreaturen finden kannst. Perfekt. Hattelungsbutton, nein, das machen wir jetzt nicht. Wir werden erstmal ganz böse uns jetzt den Nachbarn hier anschauen. Hier unten haben wir eine Map. Laufen wir jetzt erstmal hin. Kann ich noch rausscrollen? Ja, aber das ist... Wir können die sogar mit uns fighten lassen. Ich sehe mich da hier. Okay. Oh, bro. Nö, das hast du. Du bist ja für Deutsch Spezies gestoßen. Willst du dir zu Freude oder als Feind haben? Nimm mal eine Haltung an. Ja, ja, ja. Wir werden sie jetzt erstmal, ähm, anspucken. Bei mir, Junge. Dann werden wir sie ganz feige jetzt zu unserem, zu unserem Preis locken. Chill. Oh ja. Oh ja. Yeah, let's go. Weg mit dir, du Arsch. Zack, Alter. Abgemurkst. Gut gemacht, der Sieger bekommt die Beute. Wir sind auf dem Weg zum größeren Bewusstsein und einem schlaueren Ich. Und deswegen wird das erstmal gegessen, Alter. Zack, Junge. Guck dir das an. Der Rest wird jetzt auch noch abgemurkst. Okay, knapp. Knappe Sache. Boom, Junge. Der wird einfach angespuckt. So. Jetzt wird er gesnackt. So, und hier oben steht auch, wie viel man töten muss, um die auszurotten, die Spezies. Zack, drei von drei. Und somit könnt ihr auf der Map sehen. Zack, weggemacht. Gut. Jetzt knöpfen wir uns die nächsten vor, würde ich sagen. Oh, da drüben ist aber... Ich glaube, man kann sprinten mit... Wenn man Shift drückt, hat man einen kurzen Sprint, ja. Da sehe ich mich eigentlich. Oh, die sind ein bisschen böse schon. Ein bisschen feindlich gesinnt. Deswegen nehmen wir uns jetzt einfach das Ding hier. So, hallo. Tschüss. Weil die würden mich definitiv, ähm... Oh, Leute. Holy shit. Bro, chill. Ey, der hat mich betäubt. So, ich werde mich jetzt mal hier voll healen. Mann, das geht nicht. Digga, was will der von mir? Oh, ja, meine Brace. Ja, easy. Ich mag mit euch. Zack, jetzt wirst du gesnackt. Opfer. Angst hat er jetzt mittlerweile. Ich kann nicht charten irgendwie. Zack, essen. Ich habe unseren Planeten ganz liebevoll B4N-J0 genannt. Weiß nicht, wie die mir die Idee kam. Weiß nicht. Der ist ein Alpha, der hat mein Leben, den will ich nicht angreifen. Zack, bam, Junge. Und, zack, und angeschossen mit Gift. Bro. So, schön. Zack, wir werden das nochmal schnabuliert. Jetzt gucken wir auf die Map und wir werden noch Skorbo ausrotten. Und dann haben wir auch schon den ersten Punkt erreicht. So, dann gehen wir weit genug weg, dass wir unser Ramen machen können. Zack, wir schrucken ihn an. Ramen ihn und let's go. Zack, bam. Jetzt hat er gegessen. Ey, Jungs, komm zurück. Hallo. Jetzt drücken wir rein an und zack. Zack. Let's go. Wir werden größer. Beziehungsweise. Unser Hirn. Zack, wir haben keine Erbsen mehr. Intelligenz. Du bist ein wenig schlauer geworden, hast du den ersten Schritt Richtung Bewusstsein gemacht. Du hast die Fähigkeit erlangt, wir bin und die für einen Brudel zu gewinnen, die dir bei den Abenteuern helfen werden. So egoistisch wie wir sind, werden wir natürlich nur unsere eigenen Spezies zu unserem Brudel hinzufügen, weil wir einfach die krassesten sind. Bam. Easy. Da fliegt er jetzt jenseits. Da wird das erstmal angeschwuckt. Ein paar Mal. Bis er bei mir ist. So, und dann wird die Familie wieder mit einbezogen. Hör auf, mich anzufeuern, mach mit. So. Um jetzt jemanden zu rekruten, müssen wir den quasi hier ansingen. Und müssen dann quasi das nachmachen, was die uns vorsingen. Von den vier Fähigkeiten. Da wir eh nur eine haben, können wir uns selber ganz easy rekruten. Hallo Freund, du hast deinem Brudel eine Kreatur hinzugefügt. Du kannst jagen, singen oder tanzen über die Wiese hüpfen, bla bla bla. Ja, wir werden alles und jeden auslöschen. So. Lass mal mein Bro in Ruhe. Nochmal Banjo in Ruhe. Oh, Bro. Ja, Banjo, flücht. Komm, komm, einer noch. Ah, ich muss vier killen. Ja, weg die Mitglieder. Oh, der liegt nahe. Oh, no. Oh, no, wir müssen uns beeilen bei dem. Komm schon, nur noch den, nur noch den, nur noch den. Nice. Oh, da ist noch eins. Sehr schön. Und da sind ein bisschen welche, die sehr böse auf uns sind. Wenn ich gut bin, kann ich mir an den vorbei sneaken. Ah, lass mich mal hier. Ganz sneaky. Alles ausgraben. So. Lass dich nicht stören. Hilfe. Ah. Oh, hallo. Ey, mein Mate. Die haben mein Mate gekillt. Oh, die haben Banjo weggemacht. Hä? Jungs. Mal vom Roben. Was ist die? Ach, die mögen mich auch nicht, Digga. Verpisst du euch? Was sind die? Holy shit. Hä, hä. Oh, wow. Äh, 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 vielleicht hab ich abrufen. Hä? What? Du hast du Kampf besiegt? Du verletzt dich dein Nest zurück, dich zu heilen? Was zur Hölle ist passiert? Ich war doch, war ich nicht full life? Ach, nö. Ach, nö. Komm schon. Ey. Was für umziehen. Ey, nee. Die ziehen um. Normalerweise passiert das immer nach einer Zeit, wenn man auch mal sich weiterentwickelt hat. Aber da ich ein bisschen länger weiter rumgelaufen bin, ohne mich zu weiterzuentwickeln, bin ich jetzt immer noch normal. Jo, wie soll ich denn so überleben? Deine Späzis wandert zu einem neuen Nest. Folge hier noch meinen Partner zu finden, um eine neue Heimatbasis zu beziehen. Willst du mich verarschen? Ach, komm schon. Hallo. Was meinst du für Sounds, Alter? Ich hunge. Junge, was packt der so rum? Oh, cool. Ähm. Es gibt auch Riesen, die einen komplett umblitterraiden, wenn man ihnen zu nahe kommt. Deswegen werde ich mir einfach die Dinger hier nehmen. Ich bin ganz entspannt. Und renn. Ganz schnell. Ah, da kommt hinterher. Bro, verpiss dich. Oh, Junge, der macht die Knechte. Die macht der. Der macht die nicht kaputt. Okay, wir müssen flüchten. Ab dafür. Weit, wei. Auf und davon. Okay, ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. What? Ah! Hey! Och, Junge. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ja, was für Hunger. Ey. Was macht der mit mir? Junge, lass mich runter, du Arnus. Och, Junge. Och, Junge. Okay, nehmen wir. Wir gehen. Oh no. Oh no. No! Ach. Let's go. Du hast dieses Nest besetzt. Zukünfte Generationen werden hier geboren. Geil, Mann. Perfekt. What? Junge, mein Ei ist in die Luft geflogen. Was soll das? Tschüss. So, und du wirst jetzt erstmal... Ich hab mir einen neuen Partner gesucht. Zack. Let's go. Wir werden uns weiterentwickeln. Endlich. Endlich werden wir. Liebes Tanz. Perfekt, Mann. Einfach ein Ei gelegt, Digga. Großfreunds, mein Schädel. Und da tanzen wir. Alter, wir schon viel freigeschalten. Holy shit. Das sind jetzt Only Fleischfresser, äh, fressen. Wir werden uns erstmal unseren Rüssel wegmachen. Diese finden auch. Wir werden uns erstmal hier alles wegmachen. Bis auf die... Ja, ne, die kommen die Augen auch. Ich beine... Ich glaub, die können wir sogar lassen, weil die standardmäßig eh so sind. So. Yo. Kann ich die färben? Ich kann die doch färben bestimmt, oder? Ja, nicht... Holy shit, Junge. Wie ich aussehe. Okay, nehmen wir. So, und zwar können wir jetzt hier Arme hinzufügen. Mensch, jetzt erstmal, ich glaub, ganz normale, boah, muskulöse Arme hier. Boah, Junge. Let's go. Rein da. Und tolle Hände. Plus Gesundheit. Da seh ich mich auch eigentlich ein bisschen. Digga, wir sehen halt absolut wert aus, aber ist einfach okay. Füße. Okay, wir hätten... Was hätten wir? Rahmen Stufe 2. Sprinten, da seh ich uns. Wir sehen einfach super aus. Wir nehmen uns wieder einen tollen Giftsprüher. Ein Poppes. Oh, wait, wir brauchen nur einen Mund. Right. Aber wir könnten auch, wenn wir den Mund hier nehmen... Wir sehen echt aus wie eine Fliege. Dann könnten wir doch die anderen Hände nehmen. Auch wenn wir posieren wahrscheinlich nicht müssen werden. Wir sehen so super aus. Das ist Banjo. Versteht ihr das? Das ist Banjo. Digga, die Augen. Junge. Hä? Let's go. Nehmen wir. Ab dafür. Zack, Junge. Ach, die Scheiße. Wie wir aussehen. So. Nein, hier. Wir müssen nichts lernen. Scheiß posieren. Wir sind hier... Wir sind Alpha. Wo ist mein nächstes Ziel? Da. Die sind aus, jetzt können die nichts. Und wir mit unseren neuen Fähigkeiten beißen auf Stufe 4, Alter. Zack, zack, zack. Komm schon, weg damit, weg. So, du auch. Oh, unser Mage stirbt gleich. Das ist nicht so gut. So, zack, du bist der Nächste. Zack. Ups. Ja, toll. Wir müssen fünf Leute besiegen, aber irgendwie gibt's hier nur drei. Alter, okay. Stark, stark. Wir haben... Einen guten Weg. Auf jeden Fall... Einen guten Weg zur... Tod. So, wer seid ihr? Könnt ihr was? Wir haben nur zwei Attack... Massen. Massen. Let's go, komm. Okay, das ist ein bisschen kritisch, ja? Okay, mein Mäd ist tot. Mann! Hilfe! Oh shit, okay, okay. Ja, ne. Chill. So. Wird er wieder angesprobt, he he. Zack. Wir müssen mit Taktik, mit Taktik kämpfen. Hiss ich, du hässliger. Wir kämpfen mit Taktik. Okay, 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 schnell weg von dem. No way! Oh mein Gott. War auch so hässlich zu dingsen. Du bist im Kampf besiegt, ja komm. Smell. 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 Ihr seid den Stock nicht würdig.